dann ist der schatz an einem bei boot wenn es doch noch ist ja ja aber irgendwo unter dem feld mal klippe irgendwo am strand klippe wie sieht sehr flach aus die insel ja aber das geister schiff das da um die insel rum kann sein kann tatsächlich aber auch einfach ein turm sein gibt ein paar türme die sehen einfach aus jeder blickrichtung genauso aus wie ein fucking schiff okay okay dann gucke ich auf eine andere richtung als du gerade aber du bist oben ok ja du hast doch mehr sicht auf jeden fall du warst da gekauft ja okay ich war bei der backbord okay ja gut ja ja links von uns die insel hat ein turm nee ich war noch bei ich war nicht backbord steuer aber entschuldigung ich war auf einer anderen noch in der vorigen noch geguckt und diese türme meine ich gar nicht tatsächlich will sie schon irgendwann sehen an der insel wenn du den vater morgana effekt auf der insel gerade aber ich habe die insel zu war man so zwei steine sehr ja bei mir auch ja vielleicht müssen wir da ja hin möglich bei mir noch nicht vielleicht weil du weiter vorne bist ich hatte gerade so einen mega schicker mit kurzer gruseliger musik aber ich höre immer noch ganz leise dass die truhe wo ist die unterdeck vielleicht ist die das vielleicht ich höre nix team hört wieder um welche sachen ich heute wie die tür klingeln oder so obwohl gar keiner da tja dann questmarker oder ist das ein grafikfehler wir werden es rausfinden ja ok sind die kanonen geladen faser auf töten einstellen so aus als ob die die insel bewachen kann das sein ja ich bin schon an der kanonenkugel dran an der kanonenkugel auch irgendwie verankern die bewegen sich nicht mehr schon mal unsere segel ein ich kann jetzt noch nicht einfach an angekommen an den anker an eine anker jetzt kommen wir zu uns ja dann gibt es jetzt volles fund aufs maul gleich vor anker gehen wir drehen jetzt auch das geister schiff ja wir stehen zwar zu dann heißt so deswegen kann ich jetzt nicht angreifen ja warte ich da ist gut die roddy und dass die genau an mir vorbeifahren ja kommt ja das kommt nein ich habe die feiglinge so drei seite schön unter der wasserseite hier wird nicht repariert ich muss neue kugeln holen warum bist du eigentlich die einzige die schießt könnt ihr das mal erklären weil ich nicht an bord bin warum bist du nicht an bord weil ich eigentlich zu dem geisterschiff wollte aber ihr seid dann weitergefahren das geisterschiff auch okay er singt ich mit ihm gut habe ich was hast du vor ort gemacht das ist so betrieben ich habe das gelähters gekillt aber ich sterbe gerade mit dem schiff unter ich kann nicht ja kannst du zu dem schiff drehen ich komme nicht mehr raus und wie ist das leider verpackt ich habe alleine ein geisterschiff versenkt ja gut ich habe geholfen ja du hast es von der reparatur abgehalten und ich habe mit geschossen also einfach zweimal drauf geschossen dann habe ich mich hingeschossen ich bin im blut ja ich durfte nach oben schwimmen ja ist ganz schön viel und ich muss das den jetzt allen einmal antatschen genau noch gleich bei dir nina und klare machen das schon das auch eine grog ich bin ich doch nicht gleich bei dir ich bin ich doch nicht gleich bei dir eigentlich dass er ganz schön viel gut auch der karte fährt das was ach so das kann team und am besten beantworten ich steuern was mit dem gerade fahren wann war nicht er gibt dir ein kleines so ein chunk wenn du das es ist eins von den besonderen ich glaube von den schwarz-goldenen griffen das ist der mittlere und das reicht ja ich hole mal das freiboot okay danke schön immer doch ja das ist nein nein das ist das noch heute ruhe und das ist diese besorgt das ist eine grog truhe ja ja schon wieder eine ist wirklich viel loot event ja ist echt viel für voll vor allem für so eine einmacher kann man kann man mehr frauen tüten bitte kann man mehr frauen tüten das ist doch mal einer an bord zu holen versuche ich wirklich geköpft oder so ich komme nur nicht zufrieden stellt ich bin da ich helfe beim einladen hoffe ich wenn ich schon da bin nein nicht die haupte man kann wenn man das einmal kurz f antippen ja man muss den promen kriegen sonst du auch hier er weiß erst mal zwei boot das ist kein haiboot da haben wir auch noch haifleisch geil ich komme mit dieser scheißen drogen truhe nicht auf das beiboot man 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 nur ein bisschen weniger saufen aber die truhe ist auf dem schiff wo das noch da ist noch ein rubin wir haben sogar eine asche truhe aber kein schlüssel aber die gibt fünf gold dublonen wenn man sie außenkosten zufällig ja aber wir können ja erst mal einmal kurz an der insel gucken oder oder ich lasse euch auf der insel raus und fahrt zurück dann habe ich alleine ist auch doof wenn ich da angegriffen wird ist schluss das ist korrekt jetzt schon anlegen nein das ist jetzt die insel vor uns wo wir hin müssen ich kann gerade schlecht was sagen ich weiß das nicht die ist halt eingetragen im ding und zwar ich weiß nicht ob das dann euro ist ist das lone ding's lone cove oder so ja nicht nicht lonely island okay ich bin gerade die sport ich bin gerade durch die welt gerutscht warum ist es weil die erst an an dem außen posten vorbei gefahren sind werden sie ja hier auch so wie wir gefahren sind so lassen wir uns lassen wir unseren loot einfach auf dem beiboot jahre ich habe jetzt trotzdem gefragt warum es denn jetzt lohn cove ist und nicht nur weil lonely isle ja auch hinter dem außen posten licht naja das ist ja praktisch auf der gleichen höhe wenn man zwischen denen durchfährt während long kauf hier auf jeden fall weiter weg ist also wir können auch mal ohne die aber ich sage nur von wegen für mich ist es nicht unbedingt eindeutig falls es ist auch nicht eindeutig sein sollte ist es halt eventuell das andere ja genau da bin ich bei dir aber wiederum hatten wir hier den grafik fehler naja ok jetzt nicht mehr toll so schwierig da anzulegen ich bin gespannt weil da ist ja auch auf dem mann aber auch nach ist ja so ein torbogen an der insel ich habe es mir wo bisher in torbogen gesehen ist für mich ist ein torbogen da ist ein kaputtes beiboot das schon am anfang ich kann da nicht anlegen da sind zu viele kleine felsen im wasser kannst du ja anlegen nur halt nicht super nah dran aber super nah ist immer samtbank ist immer eine mäßig gute idee so ist schon jemand am anker kann nicht sein ja ich bin jetzt am anker ja ich auch ich sehe es aber nicht mehr wie weit davon ja ich guck mal ja da liegt auch ein kommentar direkt backbordig liegt so ein beiboot am strand ja ja bin schon fast da gefühlt gehen wir kurz hoch und guck mal auf dem schiff in der nähe und ausgegraben ja kannst du mal gucken ob der auf dem schiff auf uns zukommt oder so also hier liegt auf jeden fall eine menge scheiß im sand auch cool einmal einmal abladen sehr gut ja ich sehe keine lager hier glänzt was hier schon mal nicht ich habe eine truhe gefunden das ist cool truhe des käpten keine ich habe was hinter mir renn schnell weg hier auch schon mal nicht so ausgeladert geladert und verlassen wir dies so noch mal ins buch gucken moment immer ein bisschen fanfiction lesen außer sichtweite direkt am wasser ist das das falsche beiboot vielleicht kannst du mal gucken ob es noch ein anderes gibt egel egelhaft ja egelhaar da vorne ist kein beiboot oder sieht alles nicht so gut aus hier da ist ein fass und da leuchtet was aber ich weiß nicht ob es ein beiboot ist ich schwimm mal so ein ein bisschen um die insel rum wo bist du rüster es ist auch eigentlich nicht wirklich außer sichtweite hier direkt an vielleicht hat es ja vielleicht gibt es eine höhle was ist denn mit dem beiboot weil hier ist auch noch ein kommst du dir nur ich stehe ja ich komme ja was muss man denn am beiboot machen graben graben vor dem beiboot zwischen zwischen wasser und beiboot haben hey warte mal rein oh ja hier kann man hier kann man vom wasser das sieht das sieht vielversprechend aus ich auch nicht vielleicht ist ja auch gleich noch weil hier ist ein kaputtes beiboot ich hab ja gesagt es sieht aus wie ein vorbogen dann ist mühle oh jetzt kommt skelette ich habe einen kronenschlüssel gefunden ich bin sozusagen kronenzeuge oh ne also raus timo raus können mich anzünden da bin ich ein kronleuchter also so photoshop öffnet sich dann auch von allein das bild letztlich von allein runter ist sehr gut unser schiff bin ich sieht aber echt nach so einem kinder schnitzeljagd schnitzel aus den ich in der hand habe also was positiv ist ich liebe kinder schnitzeljagden ich finde du solltest jemand sollte dann timo als als lumière shoppen oh ja das ist too much für meine einfach mein gesicht ausschneiden und auf lumière klatschen oder ob es face app lumière gibt dann kann man einfach ein screenshot machen ich habe aber face app nicht muss noah machen noah schickt mir immer tolle gifs von mir meistens ist einfach nur david tennant ich frage mich kurz hä david tennant sieht aber kohle das bin ich das ist timo aber timo sieht ein bisschen komisch aus ich kann mit dem schüssel übrigens nicht rennen er wiegt sehr schwer ja mit den thumbnails ich packte immer nur ein kleines referenz bild rein weil da die folgen täglich online kommen habe ich habe nicht die zeit dann noch drei stunden pro thumbnail zu benutzen deswegen wird da nicht so viel dran gemacht ich habe nur eine lagerkiste gefunden wenn da jemand helfen mag bei dir sind noch ein ruderboot das können wir nehmen ich schwimme den sachen wieder einzeln zum schiff ich weiß nicht ob wir das ins wasser geschoben kriegen naja naja aber es reicht eine person ich finde ich schreib dir mal auf ich hüppel gerade mit dem bruderboot ich habe einen kronschlüssel gefunden boah ein kronschlüssel ja keine ahnung was man mit dem macht aber ich habe die macht ich bin fast luke skywalker ich bin luke skywalker ich kann nicht beides packen einfach ein lichtschwert auf dem jahr drauf das ist das stamm der einfach nur so leute gucken sich das denken so was das denken sich leute so oder so oder so grabe jetzt hier ist bestimmt ein platz was brauchen die nicht genug nicht genug mein boot bewegt sich von allein ok wir müssen das boot noch mal anschieben moment ich habe die macht ich glaube jetzt kann man nicht mehr schieben weil ich schon im wasser bin wie schiebt man denn wenn man kriegt den prom für f ok gut den hatte ich nicht bekommen warte mal vielleicht kriegst du gleich wieder ein denn ich laufe jetzt über eine sandbank du kriegst eher eine sandbank ja ich versuche gerade noch zu wenden ja auch luke skywalker ich habe die macht bei der macht von grafgeil jetzt wird es aber viel reicht es auch langsam ne bitte noch gringer unter dem hier shop weißt du wie klein das fenster ist von den sachen die da rein shoppbar sind in diesen bilderrahmen weißt du wie klein das ist man soll das nicht mehr erkennen können holl gringer nein ich werde auf allen social wieder sagen dass du schuld bist an diesem thumbnail das thumbnail dauert einfach länger als die gesamte andere produktion der folge das tut dann so sehr so sehr schnell ja what happened to gringer alright big cat meow ja ja das kann wir ja aufs he was los nein immer wenn ich was aufnehmen will setze ich mich in dieses ätzende beiboot ich hasse es vor allem wenn Noah gerade die sachen aufgehoben hat die ich eigentlich hätte aufnehmen wollen mach ich mir das mit dem schlüssel den schlüssel bitte nicht aus den schlüssel können wir in die kapitänskajüte schmeißen okay dann schmeißen wir hier hin so mein vorschlag wäre dass wir einmal zu einem außenposten zurückfahren ja der ist nämlich direkt der sanctuary aus dem boston im west west südwest wir haben ja was sind wir uns im boston mhm bitte mhm bitte mhm 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 Aber mit Schale essen, ne? Sonst ist es kein echtes Sea of Thieves, Let's Play. Bleh. Ich kontrolliere das. Bye, Brot. Kannst du bitte ein Video davon machen, wie Nina das mit... Ja, ich glaube, da schließe ich sie nicht zu. Ja, heimlich filmen, so. Ja. Kannst du jetzt, wo sie nicht da ist, einfach schon mal dein Handy aufstellen? Genau. Da sind diese Streamerinnen sich immer zu schade für. Ja, furchtbar, ne? Ja. Banane mit Schale zu essen, für die Authentizität des Let's Plays. Ne, ich sehe es, sie schält die. Sie schummelt. Hallo, Nina. Nicht schälen. Crunch, crunch, crunch. Warte, ich esse nebenbei Chips und dann klingt das so... Oh mein Gott, wie ein schlumpes Video. Ja. Oh nein, das ist genau so. Das ist genau so. Ja. Ich werde das Video hier verlinken. Voller Charme. Fahren wir jetzt auf die Außenhausbezüge. Tu's nicht! Äh, ich gehe gucken. Okay. Sanctuary, ne? Komm. Ja, das ist, äh... Ja? So im Westen. Genau. Auf Westen fahren wir. Ja. Oh ja. Komm, komm, komm. Ganz bisschen Steuerbord, aber sonst liegst du gut. Ja. Ja. Ja, das ist auch so drauf. Yummy, yummy. Komm, Ash. Ist er das Obstsalat? Aber ich wollte Argumon. Das... Argumon ist doch Stigimon, Ash. Das hier ist Pokémon. Äh. Wir haben ja unten Wasser im Schiff. Wir haben unten Wasser im Schiff? Ja, nicht viel, aber ist halt Wasser drin. Ja, weil's regnet. Ja, regnet hart, beziehungsweise. Komm, wenn du nicht über Deck bist, sondern immer ins untere Deck. Ja. Ich höre aber kein Wasser reinströmen, also ist, glaube ich, alles gut. Naja, es ist nur vom Regen. Ja. Sinking in the rain. Ja. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Warum hat sich gerade unsere Berühmtheit erhöht? Was soll das? Wieso hast du... Wir geil sind. Du hast halt Sinking in the Rain gesungen, das... Ja, bestimmt. Ja, direkt... Das ist direkt Nummer 1. Single auf Sanctuary aus dem Posten. Ah, scheiße. Ich habe irgendwie gelesen, dass in den deutschen Charts irgendwie... auf Platz 1 so ein Sea-Shanty ist. Geil. Ja. Ich habe heute auf Spotify auch wieder irgendwie anderthalb Stunden lang Sea-Shanty's an. Juhu. Das erklärt mir, Männer. Was soll das heißen? Ja. Ja. So, sieht irgendwer ein Steg zum Anlegen? Ich nehme mich nicht. Ähm... Ja, doch, ich glaube... Da ist einer. Da ist einer eigentlich, ja. Noah, praise den Sun-God. Okay. Praise the Sun? Ja. Genau. Du hörst sogar wieder die Hände klatschen. Das ist richtig geil. Ja, das stimmt. Ihr sagt Anker? Noah, sagst du Anker? Kiara sagt Anker? Äh... Warte. Ja. Äh... Moment. So, geht noch. Lang... Ich versuche mal, du da... ... total dran... ... dran zu fahren. Moment. Ich sehe das so schlecht. Ah ja. Okay. Dann dreh ich jetzt mal hier vorbei. Ja, es wird Zeit für Anker. Dreh weiter, dreh weiter, Mist. Nicht genug Schwung. Warte. 90 Grad. So, so. Ja, das ist jetzt alles im Beiboot. Ich habe das von unten auch hochgenommen. Ach so, das ist halt der Außenposten. Sorry, dann muss ich nicht machen mit dem. Ich dachte, wir werden schon weiter... ... mit dem du... Wann war es eigentlich? Nee. Ich bin schon richtig. Ups. Wett? Ich wollte gerade zum anderen Ende des Schiffs laufen, aber ich war hier nicht im richtig. Ich bin willkommen, ich bin confused. Das hätten sie auch leichter machen können, von oben in das Boot zu springen. So, ist alles im Boot? Noah meint ja. Okay. Ja, ich habe das aus dem Keller auch geholt. Ach so. Inklusive... Hier steht aber noch die Reaktur, mein Freund. Was? Hier steht noch eine Reaktur. Nein, die ist nicht leer. Soll ich noch warten? Ich bin noch am Schiff. Nein, nein, das ist okay. Ich komme so. Ich komme irgendwann. Ich schaffe das, ich bin nicht betrungen. Was steht denn da für eine Truhe? Ich bin betrungen... Ich bin das... Ich bin das... Blum. Wir sind auf Truhe. So, wir sind gelandet. Man, I'm having a good time. Einmal ausladen helfen, bitte. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war vorhin ein fucking Scherz, als ich What's Sheree Do With The Drunken Sailor gesungen habe. Das... Die Kiste... Ja, ich sag doch, ich höre Musik. Aber alle denken, ich sei verrückt. Das bist du auch. Aber wie lustig ist das? Ich habe das extra gesungen und ich wusste gar nicht, dass sie das auch spielt. Wie lustig. Äh, wo ist denn jetzt der Typ? Typ? Oh, ich wanker automatisch hin. Oh, aua. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht in sie reinlaufen, Frau Pflanze. Äh. Ich bin nur die Lagerkiste geholt. Nein. Wenn man hier die Lagerkiste kann, können wir wieder mit aufs Schiff nehmen. So. Ich komm auch nicht her. Ey, man kann an der Truhe sein Grockfass... sein Grockdings nachfüllen. Das ist korrekt. Konntest du die bei ihm verkaufen? Ja, 2,5 hat's gegeben. Ich komme. Was hast du denn? Auch eine Grock-Truhe. Ja, die muss hier zum Zeltaini. Hallo. Oh. So. Bin wieder fit. Wenn du es schaffst. Ja. Hier? Achso, du hast ja gar keine Grock-Truhe. Okay. Ich dachte, ich meine jetzt Jahre gerade. Okay. Achso. Vielleicht, wenn der mit F was annimmt, dann ist das richtig, ja. Ja. Was hast du denn für eine Truhe, Chiara? Irgendwas für 634. Okay. Werde F. Oh, die mit feinem Zucker. Nimmt der auch, oder war das Noah? Ich habe eine mit Zucker verkauft. Ah, das war Noah, okay. Ähm, Eselsteine. Also die mit dem Papier drauf, die gehen eigentlich alle an die Stegtussi. So, leeren Kisten nehmen wir aber wieder mit, ne? Wussten die Alte mit ihren Köpfen. Äh, ja, gute Frage. Da, wo das Auge ist. Geradeaus. Mach hier. Mit Auge. Ähm, das war, ähm, Willen des Wahns. Ach ja, mach Ogil, Willen. Was ist das bei einer Kiste und wo kann ich die verkaufen? Äh, das ist... Oh, die muss so der, ähm, hier vorne bei Larina mit R. Larina kauft die, äh, die Duck. Das ist eigentlich eine Special-Tour, wenn man noch einen Asche-Schlüssel findet, kann man die aufschließen, aber das machen wir gerade nicht. Also hier bei ihr kannst du sie... Warte, hier vorne, hier draußen, hier draußen. Ja. Hier bei Larina, die kauft sowas. Ah, ja. Wo ist denn der Handelsbund? Ja, fünf Premium-Währung, wir haben gerade fünf Cent verdient, Leute. Geil. Ähm, wollt ihr jetzt eine andere Galleons-Gigur haben? So. Oh, ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Währung ist. Nee, das sind nochmal andere Thaler, die 440. Ah, okay. Das ist einfach eine Special-Währung, so die... Ja, wofür auch immer. Na denn, wo ist der, wo ist der, äh, Kronenschlüssel? Weiß nicht. Noah? Er liegt in der Kapitän-Kajüte, wie du gesagt hast. Perfekt, sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir zu Dagger Tooth. Oh, da ist noch ein Ding. Wollt ihr jetzt eine andere Galleons-Figur haben? Nein, das war vorhin ein Scherz. Und dann zu Snake Pit. Können wir aber machen. Nee, nein. Ich glaube, die sind alle leer. Warte, hier ist noch ein, ein Ding. Was für ein Ding? Ah, da, was blaues. Oh, der ist da vier, ja. Den nimmt auch der Typ im Zelt. Halt die Mesh. Ah, was hat er gesagt? Warte, ich werfe es dir ins Wasser. Ja, bitte. Danke. Ach, schön, meine Tasche. Welches Gold-Sammler-Level haben wir denn gerade? Ah, 29, okay. Bei 30 kann man da wieder erhöhen. Return with Ritchies. So. Nice. Haben wir noch Essen eingesammelt? Wir haben nämlich kaum noch was. Ja, ich habe ein bisschen was. Ich muss aber erst zum Schiff bringen. Du müsstest da ein neues wollen. Ich habe einen neuen, 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 neuen. Vielen Dank.